Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, hier in Burma, in unserem Studio. Wir haben soeben das Goal verpasst, wir schwenken jetzt schnell über ins Geschehen hier am Sandplatz. Es ist gerade zuckelig, feiner. Können Sie wissen, wie wir es auch machen. Wer noch Lust hat, kann ich schon noch beten. Es ist 2-0, es ist 3-0. Es ist 3-0, es ist 3-0. ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eben, das ist so ein bisschen der zoologische Garten hier, ähm, nein, das ist so der Familienvorrat. Das wird dann so gehalten, nicht im Kühlschrank, bleibt dann am frischesten. Und hier kommt gerade der Bub von der Schule. Hi, hello, how are you? Okay. You're old? Where? Twelve. Twelve years. Two years? Twelve. Twelve? Ah, twelve. Must change. Have I got another plan? Vendor. Thank you very much.